Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das ist jetzt eine neue Folge, weil die alte Aufnahme brauchen wir schon. Zu einer weiteren Folge Skill Special Pro 2, nein! Alter, ich dachte, ich hätte das nicht gemacht. Und wir spielen... Ey, ich kann diesen Namen vom... Ja, irgendwas komisches, so Objektur und so. Seizure, ja, Seizure spielen wir. Und zwar muss man da ein Objekt, äh, also wir müssen jetzt in diesem Fall das Objekt beschützen. Genau. Und die anderen müssen das Objekt erobern und zu deren... Warte, weg, da! Komm, ich werde... Was? Abi, einen nur überhaupt schützen, oh mein Gott. Was soll das? Shit happens. Alter! Noob! Okay, die haben voll die heftigen Waffen, da haben sie nicht. Ja. Ja. Also, ist das eine komplett neue Folge, oder was? Ja, das ist eine komplett neue Folge. Da müssen wir aber die Runde dann auch noch brauchen, weil ich glaube, das wird gerade mal ab und losgehen. Alter, wie schuldig. Alter, hast du das gerade gesehen? Diese Cookplay oder irgendwie sowas. Cooker-Planze. Cooker-Planze. Oh Gott. So. Also. Ähm. Morat, du musst die Runde aufnehmen und die nächste auch noch, ne? Das weißt du? Ja, klar. Das weißt du, ich glaube ich. Ja, ja, natürlich. Natürlich. Pass auf! Warum? Ich sag doch Flash. Die machen aber voll wenig damage. Das ist gut. Ich sehe nichts mehr. Oh, der... Ja, Alter. Ja, voll die Premium-Waffen und Kacken trotzdem. Hui. Na ja, ne, geht voll. Ey, wir sind Erster. Glaube ich. Na, fast. Also, ich bin Erster. Du bist... Oh fuck! Alter, noch nicht mehr. Was? Guck mal. Kann gar nicht. Er hat nur noch 5 HP. Boah, Alter. Okay. Warte. Also, ähm... Ja, ich... Ähm, Murat wollte jetzt eigentlich übernehmen mit Skill-Aufnehmen, weil ich das ja davor gemacht habe. Und die erste Einstiegsrunde machen wir erstmal zu zweit. Das heißt, ich spiele noch mit ihm mit. Vielleicht macht er das alleine im Multiplayer. Vielleicht aber auch irgendwie anders, so... Granate! Ich bin in die Granate reingelaufen. Ah, ich hab hier einen Sniper. Soll ich mit Sniper spielen? Nee, natürlich nicht. Rosen. Der Merk gar nicht, dass er ab... Oh mein Gott. Na, manche die Leute sind einfach irgendwie zu unkompetent für das Spiel. Guck mal, das Zell... Nee, warte, da war gerade irgendjemand. Ehrlich? Was noch hin? Jetzt hört man doch, da! Boah, jo! Oh, wir... Alter, ich kann's nicht fühlen, ich mir kommt schon mal nach. Aber wir dürfen eigentlich nicht sagen, wir sind auch nicht unbedingt besser. Nein, aber das sind Noobs. Die Cheap. Ja, okay. Lass mal einen anderen Weg nehmen. Nein, wir nehmen den selben Weg und campen da, weil die kommen immer irgendwie von dort. Ja, okay. Ich bin tot! Ja, kill! Oh. Es geht doch. Ja, kill! Rupf, der hat noch einer. Double kill! El, zapp. Ja, cool. Ich bin wie der Erste. Die kaufen sich irgendwie... Du weißt doch, dieses Fadenkreuz, ne? Ja. Die kaufen sich irgendwie so ein Fadenkreuz, was bunt ist. Und das Gelb. Weißt du, du meinst so als Visier, so? Ja, so, so, du weißt, was ich meine. Du meinst als Visier oder dieses, was im Moment grün ist? Dieses, was im Moment grün ist. Das ist doch das Fadenkreuz, oder nicht? Ja. Ja, lol. Dein Eiskelkirke im Messer. Der Team ist so scheiße. Alter, gemessert zu werden im Spiel ist schon echt ziemlich heftig, weil... Man braucht ja irgendwie zwei oder drei Messeranschläge dafür, ne? Aber der hat höchstwahrscheinlich nur noch wenig AP. Sehr rein Messer. Ich finde, in einem Spiel sollte Messern immer mit einem einzigen gehen. Ja. Finde ich sonst ziemlich uncool. Warum sollte man es sonst benutzen, ne? Also, wie viele Messeranschläge hältst du so in real life uns? Zu viel. Over 9000. Ja. Genau das. Hm. Ich glaube, das verlieren wir, ehrlich gesagt. Ja. Aber immerhin sehr, sehr knappe Runde. Nicht. Weil jetzt werde ich wahrscheinlich sofort sterben. Vielleicht mal was anderes versuche. Bam, Junge. Oh, da ist noch einer. Oh, aber ein AP. Einfach Double Kill gemacht. Noch irgendwo einer? Ist hier noch einer? Ja, nein. Nein. Hat dich zu wenig AP. Oh. Er hat sich sofort umgedrückt. Lebst noch? Oh, mein Gott. Lebt noch. Ey, noch 4 AP. Was ist denn nun? Da vorne ist einer drin. Guck dir den mal an. Na, das machst du noch 1,3 mit 4 AP. Ey, das geht doch gar nicht. Ball eben so richtig in die Fresse und... Also, natürlich würde es schon gehen, wenn die dich nicht sehen und die immer von den Kills, aber... Ja, wir haben die Runde verloren. Du musst erst mal haben und das... Chill. Das war sogar nett. Das sah voll witzig aus. Tja. Ey, ich hab genau 1000 Punkte. Juhu, jetzt dürfen wir nicht mal umdrehen, wenn es 1 zu 8 geht. Wir nehmen den Weg dann nach oben, wo wir immer hingehören sind, aber... Ne, von der anderen Seite halt. Ja, genau. Und da campen die dann auf uns. Oh, die campen auf uns. Oh. Good job, Chad. Ich hab vergessen, dass... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich glaub, da waren ein paar anderer Meinungen. Alter. Damit hab ich jetzt voll nicht gerechnet. Ja. Ich hab vergessen, dass es Schwerkraft gibt, deswegen ist sie auf einmal nach unten gegangen. Ich hab's geworfen. Oh, naja. Schwerkraft? Oh, der stirbt jetzt. Sorker bei Krampf. Hä? Dieser Krampf. Oder ein Krampf. Oh, Junge. Tja. Bei wem bist du gerade. Boah, das verdienen wir jetzt schon. Bei wem bin ich gerade. Und wieso schießt das? Okay. Wir müssen jetzt voreilig sein. Ich weiß schon genau, was ich jetzt mache. Nein, weißt du nicht. Doch. Warte, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Jetzt, 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 jetzt. Bumm. Da kommt ein Flash in Wecker. Geflasht. Geflasht. Lebe ich noch? Ey, wo bin ich? Nein, läuft da nicht. Huuu. Hörtschott. Nein. Scheiße. Aber ich glaube, man sieht los. Alter. Lebes noch? Wir haben einfach voll genug. Boah, 1 zu 9. Zu 10. Meinst du? Ja, jetzt. Boah, 1 gegen 7. 0 gegen 7. Das schaffen wir noch. Oh Gott. Ja. Wurde ich für dich schon mal die Folge überenden. Sonst mit deinem Spiel gleich ab. Ja. Tschüss. Tschüss. Hallo. Und herzlich willkommen. Zurück. Es geht weiter. Ja. Zurück. Und äh, gleiche Map, gleicher Spielmodus, äh, nur von Anfang an. Und diesmal eventuell besser. Hoffentlich. Wir hätten das Team-Switchen sollen. Oh Gott, die kommen alle von unten, Alter. Pass auf, pass auf, pass auf. Naja. Ja, das weiß ich. Ja, Alter. Woher kann der denn? Hallo. Mit dem hab ich jetzt voll nicht gerechnet, weil ich renne jetzt raus. Ich hab ihn mit den Granaten abgeworfen. Was hast du das gesehen? Oh, Fehler! Oh mein Gott. Ich dachte, da unten wartet jemand. Der ist hinter dem ein Gebäude, falls du nirgst. Nein, natürlich nicht. Ich bin der Letzte? Stimmt. Jetzt wird gesagt. Ist okay. Ich dachte, ich hätte dir gerade zugeguckt. Boah, Murat läuft bei dir. Junge, der kommt rein. Ich bin eins der, der pumpt die Masse. Schießt Loskop in diese kleine Ecke. Oh, ich bin der Einzelstorz in unserem Team, der mohrt. Du bist der schlechteste bei mir. Oh, was? Der weiß. Alter, pass auf, geht er weg. Joel, wir campen. Warte. Ich hab Angst. Also, ich werd da nicht rauslaufen. Hinter uns. Oh, shit. Nein, warum lade ich nur noch? Ich bin so blöd. Ey, hast du auch diesen Drang immer nachzuladen? Ich sag einfach nichts, okay. Noob. Oh, shit. Grunde. Alter. Alter. Von hinten. Ja, von hinten. Aha. Oh, du stirbst jetzt. Alter. Ja, erstmal auf eigene Technik hier schließen. Nee, ich hab ihn gehört und dachte, das wäre ein Gegner. Okay, von hinten. Was? Glück gemacht. Echt gut. Weißt du, ich dachte so, der vor mir, der klärt, aber der war schlechter als ich. Deswegen bin ich kurz zurückgegangen, weil ich weniger HP hatte. Okay. Okay. Ist okay. Alter, ist ja gerade jemand umgefallen. Da wollte sie sich. Alter, ich bin schon aber. Hier kommt einer, Joel, 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 Joel. Wo ist da? Hier. Nein. Da. Ich bin wundergefallen. Lebe ich noch? Nein. Ja, doch. Ey. Jo. Ich hab nicht mal einen einzigen Gegner gesehen. Okay, wir haben wieder den gleichen Weg, natürlich. Wird das nicht langweilig? Ja. Nein. Wir machen das jetzt mal. Taktisches. Okay, ich nochmal hier. Das ist ja noch. Oh, da ist noch einer. Oh, Mann, Joel. Ja. Warum denkst du die andere Seite von der Kinniger noch gar nicht kommen? So, vollidio. Mal gerade. Support. Und, Joel, jetzt komm ihr Gegner. Nicht scherben, bitte nicht. Das ist ja gerade, gerade. Du, baum, Jungen und weg. Oh, du bliebst du? Ja, ne, ehrlich. Ich hätte nicht nur geblieben. Jungen mit 100 Prozent. Ja, du, perlernst. 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 Juhu. Amort, als ob. Ja, weil du wie viel. Einer lebt noch, alles klar. Ist okay. Ja, guck mal hier, ich mach den jetzt voll weg mit Ankündigung. Oh, ne, durch. Oh, dann bin ich wieder erster. Das ging schnell. Aber es ist wieder Platz, jeder steilt die Kills. Machst du nicht. Ja. Okay, warte, warte, warte. Jetzt, jetzt machen wir das. Jetzt. Ist okay. Ich geh wieder von der Seite. Nein. Nein. Pass einfach auf, Murat. Ist voll der Noob. Hier ist niemand. Oh. Alter, da war gerade jemand. What the fuck? Hier ist einer genau neben mir. Und ich hoffe, ich bin nicht mehr weg. Alter. Du erlebst noch? Nein. Huuu. Alter. Warum sind die immer genau neben mir? Ey. Ich hab mich so'n bisschen erschrocken. Bisschen. Ich hab mich so'n bisschen erschrocken. Ich hab mich so'n bisschen erschrocken. Also ich geh mal über das Sacht da, weil da laufen manchmal welche längs. Okay, warte, ich geh mal jetzt mit dir. Weg dich, Murat. Du stirbst jetzt. Alter. Alter. Ah, ne. Lol. Also da waren zwei im Übrigen. Einer hab ich noch weggemacht. Was'n Noob? Ja. Und einer hat sie erstmal... Oh ne. Nicht selbstgefühlt, aber ganz kurz davor. Ey, du lebst ja noch. Boah, unfassbar. Darf ich nicht für? Okay. Was? Hey, Dead Aiming over 9000. Ah, Mann. Ich hasse diese Waffe. Alter. Hast du grad gesehen? Boah, wie der weggemacht wurde. Da gibst du nur so zwei Schlüsse ab. Jetzt, wir gewinnen das aber noch. Weißt du, weißt du wie die spielen? Die spielen mit den Waffen, die die höchste Präzision haben. Im No-Scope schießen, also aus der Hüfte einfach nur. Laufen um die Ecke und fangen an zu schießen. Weil man hier beim Laufen schießen kann. Ja. Du stirbst jetzt. Mal gucken. Mach sie weg! Äh. Ich hab extra nur das, äh, Lock, äh, Ding so gespielt. Oh, Mann. Oh, jetzt stirbst du, jetzt stirbst du, jetzt stirbst du. Äh. Ey, der Bastard killt nicht jedes Mal. Hm. Seiner Noob Premium Waffen. Ich hab immer so einen Drang nachzuladen nach jedem Schuss. Ja, ich auch. Und das mache ich auch und deswegen verliere ich jedes Mal. Ja, das ist nicht gut. Nix gut. Mhm. Mhm. Oh, unser Premium-Typi. Die Hände mit ihren VIP-Waffen, ey. Ja, Mann. Okay, eins gegen drei ist natürlich schon noch heftig. Weil da kommt jetzt einer runter. Uh, zwei sogar. Nailed it. Hehehe. 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 Nice try. Nice heavy armor. Dem... P. Was? Hehehe. Äh, ja. Okay. Okay. Warte, 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 warte. Wie du wieder den, äh... Na, meine ich. Okay. Ist, ist okay, ist okay. Da ist er! Oh, kommt auf! Das war meine Idee gerade. JELL! Sicher nicht! Der... Double Headshot! Ich wechsle nochmal die Waffe. Alter. Ich wechsle nochmal die Waffe. Ich wechsle nochmal die Waffe. So weit. Ich campi jetzt nur noch mit Sniper. Das wirst du nicht schaffen. Oh, Junge, das ist voll unfair. Du wirst einen einzigen Schuss absetzen, aber der wird daneben gehen. Wetten? Oh, warte. Wetten nicht? Doch, Sniper! Doch, wir sind jetzt auf der anderen Seite, deswegen werde ich das auch machen. Mal gucken, wie das so funktioniert. Nur... Wollte erstmal langsam. Wo bist du hingegangen? Konate. Konate! Oh, Mann! Ey, die treffen mich jedes Mal, das ist unfassbar. Gibt's noch? Ja. Ich bin mich grad voll unsicher. Alter! 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 Ist okay! Lebt mir noch! Nein! Alter! Alter! Die gehen als Gruppe, die gehen als Gruppe, Mann! Das ist voll OP! Alter, wie viele Leute das sind! Okay, ich nehme jetzt eine Waffe. Eine Waffe. Eine andere. Eine andere Waffe. Jetzt wird alles anders laufen. Guck mal, da sind zwei vom selben Clan. Okay. Und ich habe einen. Alter! Ja, laufen die einen. Witter, Jens. Boah! Boah! Lebst du noch? Ja! Ich nein! Okay, warte jetzt. Murat, lass mal zu zweit laufen. Wir nehmen jetzt aber mal einen anderen Weg. Wir laufen da jetzt hoch. Einnahme verhindern, Alter. Jo, genau. Hast du jetzt echt in der allerletzten Runde noch einen Sniper genommen? Ehrlich jetzt? Oh, Leute. Höh. Nein! Alter! Alter, Flash! Oh, der Hund ist einer! Ich gebe einfach nur Hinschutz! Alter! Also, 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 also mein Schuss hätte er eigentlich getroffen, aber. Und wer hat das Ziel mal overpowered? Ohhhh! Was? Auf jeden Fall nächste Runde. Ich bin mit einem besseren Waffen. Ne? Und andere Maps. Genau. Tschüss!